Guten Tag, ich bin der Batcomputer, aber Sie können mich auch Penny One nennen. Ich bin befugt, Sie als neue Mitglieder der Nightwatch zu rekrutieren. Meinem neuen Programm, das Batman helfen soll, die Verbrechen in Gotham City zu stoppen. Wie Sie wissen, hat Batman Zugang zu einigen der neuesten und fortschrittlichsten Technologien, die ihn bei seiner Verbrechensbekämpfung unterstützen. Und als Teil der Nightwatch sollten Sie alles über seine Gadgets wissen. Heute werde ich Sie über eine der wichtigsten und komplexesten Erfindungen in Batmans Arsenal unterrichten. Das Batmobil. Wie Sie sehen, ist das Batmobil eines der robustesten Autos, die je gebaut wurden. Batman muss nämlich auf jeden Angriff vorbereitet sein, ob von oben oder von unten. Deshalb hat sein Fahrzeug eine fast unzerstörbare Hülle, die auch einem schweren Artilleriefeuerstand hält. Außerdem hat dieses Auto kugelsichere Scheiben. Eine faszinierende Konstruktion, bei der eine dicke Glasscheibe zwischen zwei dünnen Kunststoffschichten eingeklemmt wird. Was natürlich sehr praktisch ist. Sehen wir uns das Fahrwerk an. Unter dem Batmobil befindet sich ein hochmodernes Federungssystem, das es Batman erlaubt, jede Umgebung mit relativer Leichtigkeit zu durchqueren. Für zusätzliche Sicherheit hat das Batmobil pannensichere Reifen, die im schlimmsten Fall mit einem Platten weiterfahren können. Sie haben ein automatisches variables Profilsystem, welches sich allen Bedingungen anpassen kann. Egal ob Nässe, Trockenheit oder Vereisungen. Wenn Sie einen Blick ins Innere werfen, werden Sie feststellen, dass Batman vom Cockpit aus jede der einzigartigen Waffen und Funktionen des Autos einsetzen kann. Eine dieser Funktionen ist ein Hakenwerfer, der sich an praktisch jeder Oberfläche festkrallen kann. Er ist mit einem 60 Meter langen Spanndraht an einer leistungsstarken Winde an Bord befestigt, die in der Lage ist, Objekte und wenn nötig auch Verbrecher einzuholen. Der Haken kann Batman auch in steilen Kurven und bei hohen Geschwindigkeiten unterstützen, indem er sich an einem Gebäude oder einem Straßenschild festhält. Zur Verteidigung besitzt das Batmobil ein EMP, also einen elektromagnetischen Impuls. Es kann also eine einmalige, hochelektrische Ladung 360 Grad um das Auto ausstoßen, die dadurch wiederum andere elektronische Geräte deaktivieren kann. Das Batmobil ist außerdem mit einer Schallkanone ausgestattet. Eine akustische Waffe, die schmerzhafte, hochfrequente Schallwellen aussendet, die Angreifer oder Verbrecher verwirren können. Und im schlimmsten Notfall lässt sich der Sitz im Cockpit wie in einem Kampfjet auswerfen und ermöglicht so eine schnelle und einfache Flucht. Aus dem Cockpit heraus kann Batman auch auf mich zugreifen. Den Batcomputer. Mit einfachen Sprachbefehlen kann Batman unterwegs jede Datei abrufen, die in meiner Datenbank gespeichert ist, denn es wäre viel zu gefährlich zu fahren, wenn man abgelenkt ist. Er kann mir auch Zugriff auf das Fernsteuerungssystem des Fahrzeugs gewähren, was bedeutet, dass ich oder einer von Batmans Vertrauten das Batmobil jederzeit und von überall steuern kann. Unter der Motorhaube hat das Batmobil ein Zwölfzylindermotor. Dieser ist mit einem Düsenantrieb und einem Turbozünder ausgestattet, die dafür sorgen, dass zusätzliche Luft- und Kraftstoff in den Zylindern des Motors verbrannt werden. Das verbessert die Fahrzeugbeschleunigung und auch das Fahrverhalten. Es reduziert sogar die Abgasregulierung und macht das Batmobil umweltfreundlich. Es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass das Batmobil sehr, sehr schnell ist. Mein Schätzung zufolge kann das Auto bis zu 310 Meilen pro Stunde erreichen. Es würde mich aber nicht überraschen, wenn es noch schneller fahren kann. Sie denken nun bestimmt, es muss schwer für Batman sein, mit einem so starken Motor unerkannt durch die Stadt zu fahren. Deshalb besitzt das Batmobil einen speziellen Tarnmodus. Dadurch kann der Motor auch bei voller Leistung mit weniger als der Hälfte der Lautstärke betrieben werden, was es dem dunklen Ritter leichter macht, wie eine echte Fledermaus im Schatten zu verschwinden. Ja, so ein Auto wie das Batmobil gab es wahrscheinlich noch nie. Aber ein Wagen ist nur so gut wie die Person, die hinter dem Linkrad sitzt. Batman ist ein intelligenter, aufmerksamer und unglaublicher Fahrer. Und wir alle sollten uns an ihm ein Beispiel nehmen. Mit oder ohne einem Zwölfzylinder-Motor. Sie können sich jederzeit wieder in das Batcomputer-Archiv einloggen, um sich über die neuesten Bat-Gadgets zu informieren. Und nicht vergessen, mehr Batman-Content finden Sie immer hier auf dem DC Kids Channel. Alle animierten Episoden, die in diesen Archiven zu sehen sind, sind als digitaler Download bei Warner Home Entertainment erhältlich.